Hallo, hier sind wir wieder. Zu dem Platoon hat es wieder geklappt. Ja, das dauert immer kurz, bis das koordiniert ist, dass keiner mehr was verändert an seinem Roboter oder so. Und übrigens sieht er hier, es ist kein Premium mehr online, weil einfach die drei Tage abgelaufen sind. Ist ja voll, dass ich, wenn sie es noch neu kurz gäbe. Ach so. Scheiße, wir sind jetzt hier. Ich will nicht vorne fahren. Komm, ich bleibe jetzt mal hinten. Ich darf. Weil die, da geht irgendwie keiner von denen nach vorne. Da muss ich das hören, Alter, da. Und. Und das hat geklappt. Eine Rolle. Dass ich jetzt hier hochfahre, mache ich dann vorwärts. Oh, das ist jetzt hier. Hier könnte ich mit dem Reakten, das ist perfekt. Ah, fast. Oh, das ist jetzt hier. Oh, 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 oh. Scheiße, von wo wurde ich denn... Oh Mann! Ich kann immer F drücken. Jo! Komm! Warum? Ich weiß nur, wo ich das Teil hinbauen soll. Und direkt in ein neues Game rein. Das dauert jetzt wahrscheinlich wieder, bis es mit dem Platoon geht. Es gibt halt wieder ganz wenig Punkte. Ganz, ganz wenig Punkte. Jetzt bekommt man höchstens so 1000. Könnte ich jetzt bitte in den Game rein? Ich bin nicht noch am Platoon. Platoon. Ja, gut. Das ist doch nicht die Kräfte in den GP. Ja! Also, wenn ich im Raycans richtig gut gewiss, weil da hätte ich mich können, auf diesen Hügel stellen also ich so runter schießen. 3 3 das ist aber nicht leute 15 Prozent natürlich nächste verglichen über 60 180 Prozent die vier in den letzten Folgen hatten das ist die andere als das ist die gleiche alle ja 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 das ist die gleiche oder so wo sind die Gegner SMG Tank ok die schießen schon auf uns ein bisschen ein bisschen ich auch mal hier ins so da steht einer da steht einer da steht einer hab ihn zerstört Alter wie nice ich hab einfach einen zerstört ich hab einfach einen zerstört yes oh man nein er nein 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 jetzt ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn! Ja, es ist zweitelt nein, wer verliert hat da braucht immer so, dass er sich ausgeladen hat ich hatte keine Räder mehr ansatzte Händel Schildsantrop ist gefahren aber so war das etwas schwierig habe ich jetzt die tausend 400 bekommen oder die 700 können ich glaube die sieben direkt reingehen was hätte ich denn können jetzt ja ich hätte noch ein bisschen was Special Zeug dazu machen können aber das ist schon ein bisschen unnötig okay kein Premium User aber wir gehen wir schon eben ganz schön ab hätten wir noch jeder gehabt wäre es vielleicht auch noch besser gewesen dann hätten wir vielleicht schon nicht verloren weil ich dann ein Schuss in die Base machen konnte dann hätten unsere Frauen alle Gegnerinnen in den Base gewinnen können warum fahre ich hier rum warum fahre ich hier rum warum fahre ich hier rum ich will hier nicht rum fahren ich will hier nicht rum fahren oh oh ich bin grad ausgewichen und dann kam noch ein Schuss oh den trifft wir da neben dem das So 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 Nein! Oh, knapp drüber. Wir müssen einmal schießen. Ich hab nur noch drei. Schieß zurück, schieß zurück. Mann! Was?! Alter, die haben alle schon Schilder und alles Mögliche. Das nervt doch schon ein bisschen. Hab ich schon Hilfe bekommen? Da flügt wieder einer oben. Was ist mit Drone Spot? Kaputt. Soll ich nicht mehr wackeln? Oh, Mann! Tier 4 ist so schwer. Schaff ich's überhaupt. Aber man bekommt noch nicht mal mehr für sowas. Irgendwelche Punkte. Man bekommt irgendwie gar nichts mehr. Das ist so behindert. Daher zu Premium ist irgendwie schon fast so wie Standard Tier. Weil man einfach keine Punkte bekommt. Ich glaube, ich gebe dann Tier 3. Ja, ich muss irgendwie versuchen Tier 3 zu kommen. In dem ich hier diese Klötze abbaue. Ach, ich bin Tier 3. Gut, Tier 3. Jetzt geht's wieder in Tier 3 ab. Ich brauche zwar die Punkte, aber vielleicht bekomme ich da mehr Geld. Weil ich da dann besser bin. ich bin so ein und dann habe ich da ganz ehrlich zu sehen. Ein Premium User. Stalking Inemiles. Das ist nicht das. Das war ganz wichtig. Ich bin kein Problem. Ja, ich bin da einig. Ein Premium User. Keine Ahnung, ich seh das nicht gescheit. Aber eigentlich geht so. Die schießen sich eigentlich nur ab und zu in den Weg. Jetzt versuchen wir mal zu gewinnen. Weil dann gibt's da bitte Brunze. Ich fahr immer hier am Rand, so lange es geht und dann springe ich runter. Wenn es zu viel werden. Oh nein. Oh nein. Oh diese Scheiß-Wilcans. Wie weit diese Drohnen? Ein Radar? Ein Radarortet nix und niemanden. Dann fahren wir einfach hoch. Und versuchen hier einzunehmen. Nämlich satt der Punkt da. Wir sind fast in der Gegner. Nein, das sind wir jetzt da oben. Man muss jetzt aufpassen mit dem Laser. Dann muss man ganz zurückfahren. Und? Ich orte niemanden. Der da oben ist doch irgendwo da. So, erster Punkt gesichert. Immer im Kreis fahren. Immer im Kreis fahren. Okay, die kommt da hinten rum. Da kommt da kein Gegner. Das kann nur von da an den Gegner kommen. Und von da. Und natürlich der über uns. Wo ich hoffe, dass er nicht mehr da ist. Habt, wenn ich vom SMG-Tanks warte. Wo ist er? Ach, bei uns. Aber das müssen wir eigentlich haben. Das Ding ist doch locker. Easy. Oh, wie das sich schnell dreht. Mal gucken, ob das Tech-Punkte gibt. Okay, das gibt irgendwie nicht viele Punkte. Aber Tech-Punkte gibt's. Kann man irgendwas verbessern? Ihr fiel nur noch die Dinger mit Tier 3. Tier 3. Ach hier noch. Ach, hab ich das immer noch. Das dann aber auch letzte. Dann kann ich wirklich Tier 4 spielen. Was? Die Aktivankrad Rom. Weing Kit Beryl. Enterin Q. Ok da geht mal wieder die Diskussion los I live in Norway it's a country new world ernsthaft? lol was haben die denn für Probleme kann die chatten ach ja genau oh mein Gott ich hasse Boss Battle gegen ein Tier neuner alter das ist extrem das ist extrem behindert aber damit ihr auch mal so was seht ich sag euch ich bin super tot ja ich hab ich hab schon einen Schaden gemacht wir müssen glaub ich irgendwo die Mitte einnähen ich hab noch mal Schaden gemacht es kann sein dass wir ihn diesmal bekommen aber der One Hitted mich natürlich ach der hat gar keine Waffen mehr SMG Tank Spotted ich will ich will zerstören ah man diese Schilde um nochmal Schaden das erste Mal dass ich ein Frost Battle gewinne ich könnte den Last Hit machen nicht nein nein der steht vor mir nein nein ach man ich hätte so gern den Last Hit gemacht aber es will mir nicht aber kommt dann trotzdem Punkte ja 2700 Punkte also Boss Battle lohnt sich übel also wenn ihr da reinkommt denkt nicht direkt oh scheiße ihr seid zu 8 zu 9 zu 10 keine Ahnung wie viel ihr packt das wenn ihr als Team spielt schon wenn jetzt auch natürlich jeder Einzelne reinfährt packt das natürlich nicht hängt ganz von euch ab und ich würde sagen dass jetzt das letzte Spiel für heute nochmal ein normales wenn es geht und Prozent Post Bälle sind so geil ich hätte fast den Last Hit gemacht dann bekommt man bestimmt auch nochmal Punkte habe ich noch nie gemacht aber mit der Plasma kennen kann man halt nicht so ein Ziel abschließend dass ich das gerade Havas irgendwie abgeschossen bekommen hat dass ich schon so dreht und so es geht dann halt nicht so gut das sieht das sieht das sieht auch immer lustig aus zur Sternen dann abdrücken alle gehen sie in die Mitte und wir sind sich gegenseitig auf ich fahrt die im Leben aufs Eis außer Außerweiter in diesem einen Notfall wenn ich jemand beschießt so wie in der Schlucht auf dem Mars seitdem aber diese Schilder dran packen ach da hinten steht er wo schieß ich denn hin wo schieß ich denn hin oh ich stand unter dem und treff ihn jetzt Alter der hat doch nur so Kanonen trotzdem trifft ihn keiner ich verstehe es aber der Wachen nimmt die Gegner immer vor uns ein unser Team ist irgendwie immer scheiße egal egal welches unser Team ist immer das was am spätesten ein unser Team ist das das immer der mit und dann verliert oh Gott oh Gott oh shit das ist kein Gegner okay der fliegt hier rum sehr interessant ihr seid echt scheiße naja das war schon wieder für heute morgen gibt es wieder Minecraft Schock morgen wieder vorbei tschüss